Hallo Zuschauer, das ist ja die erste LED-Lampe. Es leuchtet auch nicht so stark. Leuchtet eher so gelblich. Hier ist noch von dem was noch geblieben ist noch ein was gestern kaputt gegangen ist. Und da ist ja die neue. Und da ist ja die neue. Dann geht es ja die neue. Und da ist ja die neue. Vielen Dank.